Hi Leute, willkommen zum ja, neuen Hubrik, sag ich mal das ist einfach mal Let's Chill oder Zock einfach mal irgendein Spiel, was wir random zocken und über ein paar Themen reden ich und Jakob haben uns grad irgendein Video angeschaut das war so ein kleiner Speedrunner ich sag jetzt keinen Namen, ist ja so dumm ja und hab mir so gedacht ja, hey Alex, lass auch mal sowas machen einfach mal so chillen irgendwas zocken, ganz random und die Hubrik heißt halt Let's Chill, Zock mal gucken, ob das gut läuft dann zocken wir immer random Spiele heute ist es mal Mario 65 mal gucken, wie viel das Stern ich so kriegen kann also so schnell wie möglich Hacklitches können wir ja vielleicht auch währenddessen noch zeigen Hacklitches zeige ich auch noch, natürlich das machen nur ich und Jakob denn wir sind solche Chiller der ist ja heute bei mir, heute Nacht ziemlich geil ja deswegen, das ist kein Let's Play, einfach nur zocken einfach mal was außer der Reihe deswegen nehme ich auch die Spiele gar nicht ernst denn die richtigen Westfäste zu kommen ja irgendwann mal also chillen wir erstmal das Spiel scheiße, es war ein Fail fängt schon gut an ja, ein ja, okay was ist jetzt eigentlich da dran vorbeispringen, ohne dass der kommt ja, es gibt einen Trick, da kann man an dem vorbeispringen, ohne dass der kommt kann man einfach reingehen muha so, zocken wir einfach mal hier was wollen wir denn mal wir werden halt immer so Themen diskutieren wenn euch das Vormarkt gefällt dann freuen wir uns immer so profil, wir sollen professionell sein, das sind wir ja eh nicht immer aber warum soll es denn dann mal wir wollen einfach mal richtig chill mit euch ihr könnt uns ja auch einfach mal so ein paar Themen schreiben in den Kommentaren, über was wir mal so reden sollen oder so ja, ihr könnt alles rein schreiben, was wir wollen, über Themen, die wir reden sollen und dann werden wir es auch so gut wie möglich beantworten, ne aber was man noch dazu sagen muss, die Videos kommen nicht regelmäßig die kommen einfach mal so, kommen einfach mal so, wenn wir mal Bock drauf haben ey, du Scheißbombe, was willst du eigentlich yeah, schon hab ich einen Glitch gemacht ich hab ne Bombe in der Hand, die nicht mehr explodieren kann uhahaha ja, auf jeden Fall ja, wir freuen uns halt jetzt über das neue Thema äh, das ist mein Format ich hoffe, es gefällt euch auch einfach was und chillen ich weiß, einfach mal die Bombe ein bisschen in der Hand ich hab mal jetzt gar nichts weggeschmissen ich wollte halt mal ein bisschen reden mit euch bevor jetzt irgendwie ganz viele Leute schreiben, boah, ihr lasst irgendwie voll viele Sterne und so aus darum geht es uns gar nicht, wir wollen gar nicht das Spiel zu 100% durchzocken unser Kanal, wie der entstanden ist der ist ganz er war das früher im Prinzip ist er bei der Entstehung, da war ich noch gar nicht dabei eigentlich haben wir an Alex gehen ja, ich hatte ich zu leben, ich hatte so die Idee und das Spiel lag grad mal vor, ich weiß gar nicht warum wenn ich das gleich herausfinde, mach ich es weg wir laden doch nicht mal irgendwas so, das lag total ja, ich hoffe, ich krieg das gleich noch hin leidet euch einen kurzen Card, mach ich am besten mal ja, da sind wir auch wieder ich werde auch manchmal richtig geile Effekte einfach mal in so eine Scheiße rein tun und ja jetzt denkt nicht, dass wir wirklich so dumm sind, aber wir wollen einfach mal chillen mit euch ja, wie ist denn jetzt der wie der Kanal entstanden ist, genau ja, das war meine Haupt-, also hauptsächlich war das meine Idee hab ich so gedacht, hey Juli, wir sind doch auch gute Zocker, lass auch mal einen Kanal machen am Anfang wollte der nicht so wirklich nicht so, das wird schon gehen, wir müssen ja nicht berühmt werden, wir machen es einfach aus Spaß und nur zur Info, der erste Kanal, womit wir angefangen haben das war jetzt nicht der Nintendo LP das war GamerStars GamerStars war das der Kanal ist auch bei unserem Kanal jetzt hier bei Nintendo LP verlinkt können wir auch einen Link in die Beschreibung machen Alter, der will nicht sterben, was ist denn mit dem los? der mag dich nicht der mag mich echt nicht der mag mag natürlich nicht ja, wodurch bin ich eigentlich jetzt dazu gekommen ganz einfach, der Jakob war früher neu bei uns zum Beispiel in der Schule stimmt, ich bin neu auf die Schule getroffen ich weiß nicht, wo er früher war, weiß ich bis heute nicht überhaupt keine Ahnung, auf jeden Fall wir müssen jetzt auch keine Städte sehen Städte ist, ist alles egal auf jeden Fall ja, der kam zu uns halt in die Klasse früher und da ausgehen oder so kann man nur Jakob im Kopf und ja ja, dann war ich eigentlich mehr so als ich sag mal Techniker gedacht, ich sollte eigentlich immer nur so die Aufnahmen so was machen irgendwann kam es dann halt dazu, dass ich auch mal bei Videos mitgemacht habe ja es ist ja dabei nennt immer aber immerhin aber jetzt auch immer öfters mal wieder ja man kann es nicht zwar wieder richtig schön würde sich lenken, mich auch viel mehr Skill, ich bin eigentlich richtig gut in dem Spiel oder ohne Ton da bin ich noch besser also stimmt, das hatten wir ja naja, im Moment haben wir ein bisschen Problem bei uns hört einfach auf einmal mal der Ton aus das hatten wir schon in den Majo aus Mars, aber egal ist ja nur Let's Sock Chill ja, keine Ahnung ich lerne das irgendwie und das kommen immer verschiedene Spiele dran also wir werden schon irgendeinen Namen finden, wo drunter ihr dann die die verschiedenen Parts finden werdet und wir machen wahrscheinlich auch eine Playlist ja richtig cool ja ich glaub dann machen wir jetzt auch nochmal kurz Pause und dann läuft auch gleich der Ton wieder so, naja, ok, der Kanal halt dann hatten wir ja, ich mach kurz ne Pause so, das sind wir wieder naja, auf jeden Fall komm schon in den Sound, klick das nicht ja, auf jeden Fall dann waren wir noch richtig schlecht da am Anfang wir haben wie das mit dem 3DS gemacht das war richtig nice es waren lustige Zeiten lustige Zeit aber die Videos waren einfach nur ganz ehrlich zu sein verpackt sie waren richtig scheiße, wir waren richtig kindisch und war immer das Bild war immer total verwackelt und alles scheiße auf ihm wir waren irgendwie nicht so erwachsen wirklich so, da hab ich mir gedacht, ja warum Jakob soll der die Technik übernehmen, der kann noch dabei sein im Moment eigentlich so wirklich rein für die Technik kann man nicht das ist das ich bin eher der Beschneider der Beschneider der Beschneider ich schneide die Videos alles was sie machen, mach ich halt und ja warum denn nicht ne ist doch auch mal schön haben wir vielleicht schon ein paar Videos, die wir anwenden können weißt du schon, was du für Netflix vielleicht in naher Zukunft machen willst? in naher Zukunft weiß ich noch nicht, ich bin nämlich grad was am sparen man hört ja immer dieses Rauschen manchmal im Hintergrund da will ich auch was gegen tun wir sind noch richtige, also keine Anfänger mehr wir sind halt noch unbekannt aber wir kriegen ja immer mehr Abonnenten auch wenn jetzt jemand wieder neu ist, herzlich willkommen wir haben jetzt halb elf nachts, aber ist ja egal denn wir chillen einfach nur das ist für uns das ist für uns in vielen letzten Jahren weil es einfach geiler ist, guck hier auf den Streit scheiße das war ein das war ein Video, das sind die Verlaufbarkeit das ist für uns so wie ich jetzt Alex zeigt nur grad wie der das in dem Video, was wir guckt haben verkackt hat ich spiele sich grad auch schnell wartet und spiele auch noch schnell so, jetzt merkt ihr, ne jetzt ist viel langsamer, jetzt kann ich auch viel geiler spielen hier zack also das war jetzt auch wieder nur ein Fail aber so geht es auch, ne ja ach ja, das waren Zeiten ja keine Grafik und so dann wurden wir ein bisschen besser ich sag's nicht, womit wir dann das Jesus aufgenommen haben im Fall war es dann auch nicht viel besser denn wir wussten hä, die machen das doch nicht so wie mit der Kamera hat mir das dann dann gemacht dann haben wir sogar gedacht, ne die machen das auch nicht so die Let's Player und dann haben wir uns ein Tutorial angeguckt aber es werden trotzdem nochmal, ich denke mal in nächster Zeit nochmal Videos vielleicht nochmal welche mit Kamera kommen ja, bei ein paar Glitch Videos ich hab noch keine TV-Karte oder wie das heißt Capture-Karte oder wie das heißt ich werd dann noch was sehen falls ihr vielleicht da irgendwie auch irgendwelche günstigen Sachen kennt oder niemanden kennt, der sowas loswerden will oder so wir können durch alles alles schreibt aus uns wir sind immer glücklich über solche Infos mit jeder kleinen Hilfe sind wir echt glücklich ohne Mist man, jeder hat mal klein angefangen wer weiß, vielleicht werden wir auch irgendwann mal ja, aber das ist jetzt erstmal gar nicht unser Ziel wir wollen einfach wir wollen einfach wir wollen einfach wir wollen einfach dass ihr Spaß habt dabei deswegen falls ihr irgendwie Verbesserungsidee oder sowas habt auch scheiße Feedback halt könnt ihr euch könnt ihr uns jederzeit schreiben jo ihr könnt es ja auch kein nicht so nichts zu erwarten das Spiel ist irgendwie grad mal richtig komisch es liegt grad ein bisschen aber es sieht man ja auch dann im Video wir wissen selber nicht warum das jetzt so leck ne das möchte ich nicht schon wieder ja auf jeden Fall nimmt es das nicht übel ist ja auch wie gesagt jetzt nicht wirklich ein Let's Play heute sondern einfach mal ein bisschen zocken dabei ein bisschen labern Themen haben wir jetzt nicht so viele außer dass das jetzt neu ist ha 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 ich steh auf den Stein also ich steh jetzt nicht wirklich auf Steine aber ja aber gut es ist aber bestimmt auch mal interessant mal zu wissen wie unser Kanal entstanden ist für manche auf jeden Fall auf jeden Fall wollte ich das auf jeden Fall haben oooaa was bist du denn für ein Stein oder Scheiße voll in die Eier aber warte mal hier kenne ich auch noch was witziges komm mal her leckt grad irgendwie mal wieder richtig muhahaha und wir wissen nicht warum das ist auch übrigens übrigens ein Glitch der wird mich nie sehen naja ok komm her jetzt so der leidet jetzt ja worüber kann man denn noch reden ja ja das ist jetzt die erste Folge haben wir jetzt noch nicht so viele Themen oh man in jedem Fall werden in nächster Zeit auch nochmal Glitch Folgen kommen von welchem Spiel hallo von welchem Spiel ich hatte Mario Kart 64 geplant ja ja gut wir können ja mal gucken wenn wir ein paar Glitches finden können wir ja ein Weg machen jo alles möglich wie gesagt jetzt nicht irgendwie aufregen dass wir nicht jeder einzelne Münze oder so mitnehmen das ist das ist eh unwichtig das machen wir auch bei bei 100 Prozent Plätze muss man machen wir aber in der meisten Zeit gar nicht denn ich bin muss ich das dann machen ich werde es ja eh als Pläne naja aber ob du das 100 Prozent machst weil mach ich klar ich werde ich hab ich werde mein Bestes geben immer sowas auf 100 Prozent zu schaffen ich will ja nicht einer so sein der nur halbe Sachen macht aber das bin ich werde ich auch oft sein aber gerade bei solchen Videos wie dem jetzt hier es geht uns echt nicht darum dass wir das zu 100 Prozent durchzogen es ist einfach halt mal cool wir werden auch Multiplayers machen ich und Jakob auch bei letztendlich chill eine Runde oder so gucken wir das nochmal nennen oder einfach auch mal Funvideos oder sowas ja das ist ja 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 ich würde dann jetzt noch sagen das war's für den Part jo es gibt noch ein paar zweiten Part hier vorne keine Angst wann der aber kommen wird wissen wir noch nicht ja egal könnt ihr die erste Folge liken wir werden uns schöne Themen raussuchen und bis zum nächsten Mal tschüss